Nachdenkseiten. Die kritische Website. Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Durch das Vogtland fegt ein Sturm der Mietpreiserhöhungen. Ein Kommentar von Frank Blenz. Die Einleitung dieses Artikels stammt aus einem Nachdenkseitenartikel vom 9. November 2021 mit dem Titel Heuschrecken beißen sich bis in die Provinz. Er ist im Schrifttext an dieser Stelle verlinkt. Und dieser behält zwei Jahre später fortschreitende, bittere Aktualität. Zitat. Das Wort Immobilie ist ein besonderes. Es ist die Nahrung für eine Spezies von Mensch, die den Hals nicht voll genug bekommt davon, diese zu erwerben, Rendite zu ergaunern, dieses anonyme Eigentum zu mehren und für die Maximierung mit diesen Häusern und ihren Bewohnern kalt und perfekt Schindluder zu treiben. Sie, die nationalen und internationalen Heuschrecken, tobten und toben sich bislang vor aller Augen, vorzugsweise nahezu ungehindert von den regierenden Parteien und Entscheidern, in den Metropolen aus. Nun beißen sie sich zunehmend bis tief in die Provinz hinein und ordern, ordern, ordern. Schlimmer noch. Sie können auch hier bis in die kleinen Kommunen hinein konservativer, auf Eigentum orientierter Unterstützer sicher sein, die öffentlich beschwichtigend behaupten, das Wohl ihrer Bürger im Blick zu haben. Doch mitnichten haben diese Politiker das. Sie lassen stattdessen die Heuschrecken gewähren und sie hegen und pflegen nebenher ihre kleine provinzielle Macht und ihre Kontakte und ihre Positionen. Zitat Ende. Inzwischen, im Jahr 2023, flattern Mietern in der Region zunehmend Briefe ins Haus, die Mieterhöhungen von 20 Prozent Kaltmieten zum Inhalt haben. Die Heuschrecken geraten richtig in Fahrt. Die Bürger rennen der Verbraucherzentrale die Bude ein. Beklemmende Berichte in der Presse Zwei Beiträge der Vogtländischen Heimatzeitung Freie Presse Vogtland beschreiben eine aufkommende Katastrophe, die in der Region hausgemacht entstand und gegen die wenig bis nichts unternommen wird. Warum? Kommunale Wohnungen wurden und werden in Größenordnungen verkauft, und zwar an internationale Gesellschaften, die lediglich eines antreibt, mehr und mehr Geld anzuhäufen. Beispiel die kleine Kommune Schöneck. Zitat aus freiepresse.de In den 2017 verkauften kommunalen Wohnungen sollen zum 1. November 2023 die Mieten steigen. Die Erhöhung fällt saftig aus. Schöneck. Im Fall der angekündigten Mieterhöhungen in den ehemaligen kommunalen Wohnungen plant Schönecks neuer Bürgermeister Andi Anders parteilos ein Treffen mit der RSG Residential Management Gesellschaft, dem Verwalter der 2017 an die wir in Sachsen verkauften Wohnungen. Das sagte er auf Anfrage von Ronny Hochmuth von den Freien Wählern. Anders hat dazu bereits ein Gespräch mit Marlies Hager vom Vogtländischen Mieterverein geführt. Die Mieten sollen zum 1. November um 20 Prozent steigen. Begründet wird dies damit, dass die bisherige Nettokaltmiete nicht mehr dem Mietzins entspreche, der in Schöneck für freifinanzierbaren und nicht preisgebundenen Wohnraum in vergleichbarer Lage in Art, Ausstattung, Beschaffenheit und Größe gezahlt werde. Zitat Ende. Beispiel Vogtlandkreis. Zitat freiepresse.de 20 Prozent Mieterhöhung im Vogtland. Der Verkauf kommunaler Wohnungen an internationale Gesellschaften entfaltet inzwischen seine Wirkung. Der Mieterverein hält viele der jetzt versendeten Schreiben für nicht rechtskonform. Plauen. Das Vogtland taucht in Bewertungen der deutschen Wohnungswirtschaft immer wieder als Eldorado günstiger Mieten und moderater Immobilienpreise auf. Einerseits. Andererseits nehmen auch im Südwestzipfel Sachsens die Konflikte um Mietpreiserhöhungen zu. Im Jahr 2020 drehten sich 4,5 Prozent der Beratungsgespräche beim Vogtländischen Mieterverein um dieses Thema. Die Werte steigen seither an und haben sich verdreifacht. Per Ende September 2023 haben Mieterinnen und Mieter in 14,5 Prozent der Beratungen Hilfe wegen Mietpreiserhöhungen gesucht, wie die Vereinsvorsitzende Marlies Hager in der jüngsten Mieterversammlung erklärte. Hager verweist auf langfristige Auswirkungen der in ihren Augen falschen Entscheidungen zum Verkauf stadteigener Wohnungen. Dennoch macht die Vereinschefin den Mietern Mut. Viele der zurzeit in die Haushalte flatternden Mieterhöhungen um bis zu 20 Prozent seien sachlich und rechtlich unhaltbar und ließen sich abwenden. Zitat Ende. Die Zeiten der soliden, anständigen Käufer sind Geschichte. Der Beginn einer drohenden und nun eintretenden Mieterhöhungsorgie war, wie einleitend beschrieben, 2021 Thema auf den Nachdenkseiten. Mitten im Sommer 2021 wurde bekannt, dass die Stadtverwaltung Klingenthal kommunales Wohneigentum verkaufte, auf gut Deutsch privatisierte. Wichtig ist zu erwähnen, dass das kein Einzelfall ist. Es zu einem Vorgang passiert im ganzen Land immer wieder und mit intensiver werdender Hachtigkeit. Das ist das vogtländische Wort für Gier. Der seinerzeit amtierende Bürgermeister von Klingenthal, der inzwischen der Landrat des Vogtlandkreises ist, aufgemerkt, warb für sein Handeln und begründete dies mit wirtschaftlichen Zwängen. Ein Wort fiel. Das Unglück nahm seinen Lauf. Der Ausverkauf kommunalen Eigentums zum Schaden der Bürger vogtländischer Kommunen. Was kümmert es den Landrat? In der Heimatzeitung kommt die Verbraucherschützerin Marlies Hager zu Wort. Sie nimmt kein Blatt vor den Mund. Um die Ursachen der aktuellen Zuspitzung zu erkennen, hilft ein Blick in die Vergangenheit. Zuerst waren die Käufer solide Anleger mit Anstand und vernünftigen Umgang mit den Mietern, erklärt Marlies Hager. Jetzt sind es zunehmend Erwerber aus der ganzen Welt mit ausschließlichem Interesse an der Geldvermehrung. Die Bürger mit neuen Vermietern könnten nun eigentlich darauf zählen, dass alles schon seine Ordnung habe, man den eigenen kommunalen Verwaltern, den Kommunalpolitikern und schließlich den neuen Eigentümern vertrauen und darauf bauen könne, dass diese dem Grundsatz Eigentum verpflichtet, verantwortungsvoll folgen. Doch das Gegenteil ist der Fall. Wind wurde gesät und jetzt kommt mächtig Sturm auf. Die Mieter bekommen Ärger und manche machen sich im Ärger inzwischen Luft. Zitat. Im Rechenschaftsbericht zählt der Mieterverein allein 128 Konfliktfälle auf, die durch Eigentümerwechsel oder Umwandlung von Miet in Eigentumswohnungen ausgelöst worden seien. Das Verdrängen von Altmietern greife von den Metropolen auf Regionen wie das Vogtland über. Zitat Ende. Wenn es nicht zum Heulen wäre, könnten die Bürger über eine Nebenepisode lachen. Auch in der Vogtländischen Region können Fans des magischen Spiels ein speziell mit Begriffen aus unserer Heimat versehenes Monopoly-Spiel kaufen. Das Ziel bei Monopoly ist bekanntlich das Anhäufen von Eigentum. Wohnungen, Straßen, Schlossstraßen am besten. Das Spiel macht Laune, sofern man ein wenig der Gier erliegt. Man kann seine Kontrahenten mal so richtig über den Tisch ziehen. Am Ende ist man derjenige, der alles hat. Jetzt erleben Bürger das Spiel im richtigen Leben. Die Katastrophe, ich behaupte, es ist eine, entstand durch bewusste Schritte, die von den Verursachern in Politik und Immobilienwirtschaft getätigt und in allgegenwärtig grassierender positiver Sprache als notwendig und alternativlos verkauft wurden und werden. Seit der Wende und der folgenden Wiedervereinigung wurden leerstehende Wohnungen auch in der idyllischen Heimat Vogtland nicht etwa wert erhalten. Leerstandsenkung hieß und heißt stattdessen das Zauberwort, bei dem Wohnungsabbrüche in Größenordnungen erfolgen mit dem Hintergrund, eine Wohnraumverknappung zu erzielen, um den verbleibenden Bestand zu optimieren, sprich höhere Mietzahlungen. Nicht nur das. Zitat. Der zur Leerstandsenkung vorgenommene Wohnungsabbruch seit 1990 wirke sich jetzt aus. Besonders problematisch sei der Verkauf ganzer Wohnblöcke und Gebiete an Kapitalgesellschaften. Vogtlandweit gebe es keine gebundenen Sozialwohnungen. Wir brauchen dringend einen Stopp des Verkaufs von öffentlichem Wohneigentum und Grund und Boden, lautet eine Hauptforderung. Die Bildung von mehr Genossenschaften sei eine gute Alternative. Aktuell nehme die Anzahl harter Konflikte zu. Nicht bei den Genossenschaften oder städtischen Wohnungsfirmen, sondern bei jenen, die Marlies Hager als Heuschrecken bezeichnet. Im Gespräch mit der Freien Presse legt sie anonymisierte Fälle von Mietanstiegen vor, meist in der maximal möglichen Höhe von 20 Prozent. Zitat Ende Freie Presse. Was können Mieter tun? Wohin man in deutschen Vertragskonstrukten schaut, wird man den Eindruck nicht los, dass Vertragspartnerschaften eher nicht so gestaltet sind, dass eine Gleichheit Fairness für alle Beteiligten besteht. Vielmehr wird der stärkeren Seite mehr Gleichheit zugestanden. Man schaue sich Mietverträge, Arbeitsverträge, Patientenverträge, Verbraucherverträge, Kundenverträge und so weiter an. Trotz allem darf nicht klein beigegeben werden, bis hier bei den Mietverträgen und bei dem Treiben der Heuschrecken und ihrer Gefolgschaft von der vogtländischen Verbraucherschützerin Hager gefordert wird. Sie will Mut machen und sagt, Mieter, seid wachsam und prüft genau. Es gibt viele Möglichkeiten, gegen eine Mieterhöhung vorzugehen. Diese Möglichkeiten reichten dann von Einsprüchen gegen Mietspiegel-Nachweise, die vom Vermieter lediglich und unseriös via Internetportale generiert und damit unwirksam seien, oder der Forderung, eine Benennung von Vergleichswohnungen inklusive Mieten vorzunehmen. Sicher, man kann ja mutig sein. Doch realistisch betrachtet toben sich die Moneymaker im Vogtland wie überall weiter und beinahe ungehindert aus. Von einem Euro Miete gehen 41 Cent als Dividende an die Aktionäre. Die aktuelle Politik stoppt den gegenwärtigen Monopoly-Wahnsinn nicht. Ob in Berlin, München, Dresden, Hamburg oder nun auch in Klingenthal, Schöneck-Plauen. Es gibt für die verlangten Mieten nur eine Richtung, nach oben. Und zwar für bestehende Wohnungen. Neue werden wenig gebaut. Es lohnt sich vielmehr zu verteuern, was den Eigentümern eine Steigerung ihrer Rendite sichert. Dieses Spiel boomt. Immer mehr kommunale Wohnungen werden Eigentum von sogenannten Private Equity Fonds, von Family Offices, Pensionsfonds und von Versicherungskonzernen. In der Wochenzeitung Die Zeit wurde eine Studie von Finanzwende-Recherche ausgewertet und eine Zahl veröffentlicht, die die Gier genannte Eigentümer begründet. Die Untersuchung zeigt auch, dass in Deutschland besonders hohe Ausschüttungen an die Aktionärinnen und Aktionäre erfolgen. Ausgeschüttet werden dabei die Mieteinnahmen. Bei den betrachteten Wohnungsunternehmen lag die Abschöpfungsquote im Jahr 2021 im Durchschnitt bei 41%. Das heißt, durchschnittlich gingen von einem Euro Mieteinnahmen 41 Cent in Form von Dividende an die Aktionäre, Zitat Ende. Man muss sich das vorstellen. Von jedem Euro, den ein Mieter zahlt, gehen 41 Cent ohne eine Gegenleistung in die Taschen der Eigentümer. Ernüchternde Erkenntnis. Der Staat, die Politik, könnte gegensteuern, tut es aber nicht. Man könnte diesen entfesselten, inhumanen Markt zügeln. Doch dieses Wort Regulierung ist ja ein böses, marktwirtschaftlich gesehen kontraproduktives. Vielmehr günstigen kommunalen Wohnraum schaffen, um die Knappheit im Markt zu beenden, wäre ein Projekt. Doch Wohnkonzerne wie Bonovia und all die anderen cleveren Monopoly im echten Lebensspieler sind an Neubauten, noch dazu staatlichen, gar nicht interessiert. Man könnte die Eigentümer zügeln, ihre Gier stoppen, Regeln aufstellen, die besagen, dass Wucher eben eine Straftat ist. Doch was macht der Staat? Unser Staat, unsere Entscheidungsträger, wie ich das mal als allgemeines Wort ausdrücken will, sie spielen mit. Vielfach ist zu lesen, wie wenig gebaut wird und wie zum Beispiel die Bundesregierung bei ihrem Vorhaben im Bereich Wohnungsbau hinterher ist. Damit wird aber der Wohnraum verknappt gehalten. Dieser wird zudem schlicht zunehmend privatisiert. Weil sie damit unter der Fuchtel der Eigentümerseite steht, die tagtäglich beweist, was sie vom Grundsatz Eigentum verpflichtet hält, gerät dagegen die Seite der Mieter, der Bürger, geraten viele Menschen in diesem Land mehr und mehr in die Situation sozialer, gesellschaftlicher, wirtschaftlicher Not. Dieses entfesselte Monopoly im echten Leben ist zynisch, undemokratisch und kriminell. Schlimmer noch, selbst wenn die Bürger protestieren, bleibt dies bisher ohne Folgen. Beispiel Berlin. Vor zwei Jahren war ein Volksentscheid zur Enteignung großer Immobilienkonzerne in Berlin erfolgreich. Was aber geschah? Nichts. Der Entscheid wurde nicht umgesetzt. Derlei rücksichtsloses Handeln hat seinen Ursprung nebenbei bemerkt in der Ausgestaltung unserer gesetzlichen Grundlagen und daraus folgender ethisch fragwürdiger Ansichten. So steht ein Artikel 13 im Grundgesetz, der ein sogenanntes Freiheitsrecht fixiert, welches besagt, dass jeder Mensch seinen Wohnraum und den Zugang dazu frei gestalten kann. Doch ist in dem Artikel 13 nicht zu lesen, dass man das Recht auf eine Wohnung hat. Fragwürdig ist, dass man kein Recht auf Wohnen hat. Da ist die UN schon weiter dem sogenannten Sozialpakt festlegt. Jeder Mensch hat das Recht auf angemessenen Wohnraum. Das Menschenrecht auf Wohnen ist Teil des Rechts auf einen angemessenen Lebensstandard. So steht es in Artikel 11 des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Und sprachlos wird man, wenn folgende Zeilen der Bundesregierung zum selben Thema zu lesen sind, die diese unethischen Ansichten untermauern. Vor allem das Wort explizit ist unerträglich. Bei Bundestag.de liest man Einleitung und Fragestellung. Das Grundgesetz kennt kein explizites Recht auf Wohnen. Die Grundrechte aus Artikel 13 Grundgesetz zur Unverletzlichkeit der Wohnung und aus Artikel 14 Absatz 1 GG zum Schutz des Eigentumes und des Erbrechtes knüpfen an dem Besitz oder das Eigentum an einer Wohnung an, enthalten selbst aber kein Recht auf Wohnraum. Zitat Ende. Das Grundgesetz setzt kühle Prioritäten, die in unserer kapitalistischen Gesellschaft Alltag sind. Besitz, Eigentum haben einen höheren Stellenwert als ideelle Menschenrechte wie das Wohnen. Diese Geringschätzung macht erst das ungezügelte Stillen der Profitgier möglich. Die Situation vieler Menschen in diesem Land in Sachen Wohnen, Miete und Wucher ist eine inakzeptable. Sicher, es gibt auch viele Menschen, die weniger Sorgen damit haben, weil sie ein Haus besitzen, keine Miete zahlen müssen. Diese Bürger haben wieder andere Probleme, die einen eigenen Artikel verdienen. Zum Abschluss noch eine Episode, die zeigt, wie sehr doch die Welten der Menschen in diesem Land unterschiedlich sind. So sehr die einen Sorgen haben und Nöte, künftig noch ihre Miete zahlen zu können, haben andere ganz andere Probleme, die sie kreativ und finanzstark lösen. In den Sozialmedien las sich kürzlich auf einer Sportplattform, den FC Bayern München betreffend, folgende Neuigkeit. Seit knapp vier Monaten ist Terry Canet nun in Deutschland. Doch der Star-Stürmer hat noch kein Haus hier gefunden. Deshalb leben er und seine Familie bisher im Münchner Luxushotel vier Jahreszeiten Kempinski. Eine Nacht in der Suite des Hotels kostet ganze 10.000 Euro. Bei einem Gehalt von mindestens 25 Millionen Euro wird die Rechnung kein großes Thema für den Topverdiener der Bayern sein. Zitat Ende. Und so jubelt dann der Plauner, Klingenthaler, Schönecker Bayern-Fan ehrlich den herrlich erzielten Toren des englischen Fußballspielers zu. Solange er sich noch die Gebühren für den Bezahl-TV-Kanal und die Miete leisten kann. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Vielen Dank. Vielen Dank.